Mir wurde dreimal der Kiefer gebrochen, ich wurde insgesamt siebenmal operiert. Wegen Arztfehlern, macht bloß nicht denselben Fehler wie ich und lasse ich auf die falschen Ärzte ein. Das hat mich zweimal fast mein Leben gekostet. Hey und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich bin Julia, ich hatte wie gesagt drei Kieferoperationen und die sind schiefgelaufen, also insbesondere die erste ist schiefgelaufen, deshalb muss ich siebenmal insgesamt operiert werden. Wie das Ganze überhaupt so gekommen ist und was genau passiert ist, das erzähle ich euch in diesem Video. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr auch eine Kieferoperation habt oder hattet, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram, es kann sein, dass ich ein bisschen länger zum Antworten brauche, aber ich werde auf jeden Fall eure Nachrichten lesen. Also ich gebe mir immer Mühe, dass ich alle Nachrichten lese. Hier ist es wahrscheinlich heute in dem Video, dass ich es dann auch wirklich sehe und dass ich euch auch antworten kann, weil hier werde ich auf jeden Fall die Kommentare unter diesem Video beantworten und versuche euch natürlich auch zu helfen, gerade wenn ihr kurz vor einer Kieferoperation seid. Ich möchte euch in diesem Video auch keine Angst machen, ich möchte euch einfach nur mal einen Reality-Check geben, dass es super wichtig ist, den richtigen Arzt auszuwählen, dass man sich wirklich Zeit dabei lässt. Ich war damals 18, ich wusste das einfach alles nicht und deshalb finde ich es umso wichtiger, euch das zu sagen, damit ihr nicht so eine richtig blöde Erfahrung habt. So, anders kann man es nicht beschreiben, als wie ich hatte. Ja, weil zweimal hat es mich fast, wie gesagt, mein Leben gekostet. Das war alles sehr, sehr blöd. Gut, angefangen hat es damit, dass einfach meinen Biss, ich hatte einen offenen Biss und deshalb musste meine Zähne korrigiert werden, also der ganze Kieferstand musste korrigiert werden. Ich hatte einen zu kleinen Oberkiefer, das heißt, ich hatte einen offenen Biss, praktisch die Kiefer stehen so zueinander und nicht so wie bei normalen, gesunden Menschen, sage ich mal. Und dann muss es halt korrigiert werden, heißt, mein Oberkiefer wurde einmal hier abgetrennt und in der Mitte durchgeschnitten. Das hört sich gerade richtig brutal an, aber so war es. Das war, ich weiß noch, als ich aufgewacht bin und ich bin einfach vor dem Spiegel danach zusammengebrochen, weil ich so schockiert von mir selber war. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht, dass ich so schlimm aussehe, weil insgesamt war meine Gaumennauterweiterung schlimmer als meine Bimax. Bei der Bimax hatte ich dann einen richtig guten Chirurgen, weil ich mich auch intensiv vorher damit beschäftigt habe, mit der Suche danach. Aber meine Gaumennauterweiterung, da wurde wirklich gewaltig gefuscht. Es wurden viele Fehler gemacht. Ich war damals nicht rechtsschutzversichert und deshalb konnte ich da auch nichts gegen machen. Ich kann nur euch jetzt gerade diesen Tipp geben. Achtet auf den richtigen Arzt, weil mein Leben hat es damals komplett zerstört. Ich habe mich komplett isoliert. Es war nicht nur, also wisst ihr, mit dem Schmerz von den Kiefer-Sachen, da war ich drauf eingestellt. Aber ich hatte wirklich so viele blaue Flecken. Und auch mein anderer Chirurg meinte, das ist nicht normal. Da wird richtig schlecht gearbeitet, weil ich hatte so viele blaue Flecken. Alles war blau. Danach hatte ich ein pulssynchrones Ohrgeräusch, das so laut war, dass es einfach alles übertönt hat, was ich sonst gehört habe. Und das war wirklich Folter. Das waren sechs Wochen pure Folter. Die Ärzte haben mich immer wieder nach Hause geschickt, weil man nicht genau identifizieren konnte, warum das denn jetzt so ist. Und das war eigentlich noch schlimmer, weil mir die Ärzte nicht geholfen haben. Man denkt einfach, es ist aussichtslos. Dann war ich immer wieder beim Arzt. Und irgendwann wurde dann, also halt auch im Krankenhaus und wir wohnen weit weg davon. Und das war, es war immer eine sehr große Hürde. Ich kann euch hier das Geräusch auch mal einblenden. Ich möchte es gerade nicht hören, weil das, ja, das ist einfach furchtbar. Ich hatte das sechs Wochen in der Lautstärke. Ich habe dieses Video aufgenommen, indem ich mein Handy mit dem Mikro an mein Ohr gehörhalten habe. Das heißt, andere konnten dieses Geräusch auch aus meinem Ohr hören. Wenn ihr alte Dokumentationen guckt, es gibt auch eine Foltermethode, dann lässt man den Wasserhahn einfach die ganze Zeit tropfen. Und bei mir war es so ähnlich, nur noch lauter, weil es war einfach dieses Wiu, 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 die ganze Zeit aus meinem Kopf. Und das ist, hat mich komplett kirre gemacht. Das heißt, ich habe irgendwann auch mich einfach an die Hauptstraße gestellt und habe überlegt, okay, ja, wenn es nicht weggeht, weil die Ärzte haben mich immer wieder weggeschickt. Ich werde verrückt und ich habe dann auch keine Aussicht mehr gesehen. Ja, gut, dass dann irgendwann herausgefunden wurde, dass es eine AV-Fistel war. Die wurde verursacht durch die Kieferoperation, weil die hier hinten zu weit gearbeitet haben und zu schlecht. Und ja, das ist so ein Kurzschluss in der Arterie. Da musste ich nochmal operiert werden. Man nennt das eine Angiografie. Das war auch Foltermethode. Hurra. Du bist bei Verstand. Du liegst auf einem OP-Tisch. Dir steckt ein Arzt eine Nadel in deine Leiste, also an deiner Hüfte und geht damit in deinen Kopf. Sagt dir gerade, hey, wir sind gerade beim Herzen und jetzt sind wir hier und jetzt hier und hier. Ich weiß übrigens nicht, ob ich hier eine Triggerwarnung sagen muss. Also wenn es euch triggert, dann schaltet ab. Aber es ist, ich kann es nicht anders sagen, es ist eine blöde Geschichte von mir. Aber die gehört zu meinem Leben dazu. Und dann hat er mir immer gesagt, hey, wir sind jetzt gerade im Kopf und jetzt bitte einmal stillhalten. Dann wurde mir Kontrastmittel in meinem Gehirn, also durch die Venen und Adern und Arterien und Kapillaren sind da ja auch gespritzt. Dann wurde ein Röntgenbild gemacht. Dann hat man meine Gefäße gesehen auf dem Bild. Dann ist es wirklich so, man sieht dann Sternchen, weil viel zu viel Zeug durch dein Gehirn gerade geschossen wird. Und dann wurde ich gefragt, ob ich alles gut ist. Also die checkten dann, ob du klar bei Verstammt bist. Da habe ich halt ja gesagt. Und naja, dann haben sie halt die AV-Feste gefunden. Da musste ich operiert werden. Man darf nach diesen Eingriffen immer 24 Stunden sich nicht bewegen. Deshalb habe ich, glaube ich, so einen hohen Bewegungsdrang immer, dass ich irgendwie irgendwas machen muss. Weil ich schon dreimal in meinem Leben 24 Stunden ans Bett gefesselt war. Das war sehr, sehr dumm, weil du kannst wirklich, du darfst nichts machen. Du darfst nicht mehr auf Toilette gehen. Das heißt, du hast... Oh, Leute, das ist so unangenehm. Bei dem zweiten Mal habe ich mir keinen Katheter legen lassen, aber beim ersten Mal bin ich einfach so aufgewacht. Ja, wie gesagt, Arzthelfer alle super, super lieb, weil gerade dann ist man ja auf die Hilfe angewiesen. Und ich bewundere jeden, der in der Pflege und im Krankenhaus arbeitet. Vor allem dann halt auch im Krankenhaus. Die haben mich gerettet, weil ich war wirklich mental am Boden. Ich war komplett down. Gerade im Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Krankenhaus wart. Ihr könnt hier gerne auch mal schreiben. Ich finde, die Stimmung ist da so depressiv. Also allein so ein paar Blümchen oder ein paar schöne Bilder an der Wand. Das sind nur kahle Wände und alles Mögliche. Das macht einen so depressiv. Das ist so traurig. Aber ich habe in meinem Leben schon sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Deshalb... Not so happy. Dann habe ich irgendwann festgestellt, hey, ich höre auf meinem linken Ohr gar nichts mehr seit der Operation. Ja, was war passiert? Sie haben auch wieder irgendeinen Fehler gemacht und hat sich Wasser hinten hinter meinem Trommelfell gesammelt, weil die haben mir Tamponaden in die Nase gesteckt nach meiner ersten Kiefer-OP. Das heißt, ich konnte auch eine Woche lang nicht durch die Nase atmen, weil ich hatte so Tamponaden in der Nase, dann eine Nasenschleuder, das... Ach, ich weiß noch, ich musste jetzt in das erste Zimmer gehen und nach einer neuen Nasenschleuder fragen. Ich konnte ja auch nicht sprechen, weil ich hatte eine Kiefer-Operation. Das war einfach alles Horror. So, dann war die Operation auch vorbei, weiß ich noch, war Nikolaus. Mich hat ein Pfleger im Nikolaus-Kostüm in den OP-Saal gefahren. Seitdem... Trauma. Keine Worte. Ich meine, der hat es gut gemeint, aber es war nur so... Mittlerweile eben das Bedenken. Das ist bei mir schon ein paar Jahre her und damals, ich war echt geknickt von der ganzen Sache. Ich habe sehr viel geweint, sehr viel. Das ging mir echt richtig, richtig schlecht danach, aber ich bin darüber hinweg und deshalb kann ich jetzt auch so offen darüber reden, aber die Zeit direkt danach war super, super hart. Dann hatte ich noch eine Kontrolluntersuchung für die AV-Fiste in meinem Kopf. Heißt, wir sind wieder auf dem Foltertisch. Es wird mir Kontrastmittel in meinen Kopf gespritzt. Ich sitze da wieder, muss wieder sagen, ob alles okay ist. Perfekt. 24 Stunden darf ich mich wieder nicht bewegen. Dreimal hatte ich das, wie gesagt, deshalb dann halt nochmal. Und dann ist auch schon das nächste Missgeschick von den Ärzten passiert, denn sie haben meine Arterie nicht nur von vorne, dass sie dann halt in meinen Körper reingehen, sondern hinten auch nochmal durchgestochen. Und dann hatte ich halt so ein Blutgerinnsel in meinem Bein. Und irgendwann war ich bei meinen Großeltern, also es war eine Woche, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, bin dorthin gefahren, weil ich mich halt da noch ein bisschen erholen wollte. Und dann, ich hatte so Schmerzen in meinem Bein. Ich habe meine Oma, ich habe sie angerufen, weil ich die Treppe nicht mehr runtergekommen bin. Und meinte, bitte, bitte, hilf mir. Ich habe auch nichts gefrühstückt an dem Morgen, weil ich hatte solche brutalen Schmerzen. Dann sind wir zum Arzt gefahren, der hat mich direkt weiter zum Gefäßschirurgen verwiesen. Da haben die mich auch direkt mit dem Ultraschall geschaut, was da los ist. Und haben direkt gesagt, okay, ab ins Krankenhaus. Das war eine Sache von zwei Stunden insgesamt. Dann war ich im Krankenhaus. Die haben mich direkt für den nächsten Tag auf die Notfall-OP-Liste gesetzt und haben mir gesagt, ich darf mich an dem Tag nicht mehr bewegen. Weil wenn das platzt, dann verblute ich von innen und man kann das auch nicht stoppen. Und dann dachte ich mir auch so, okay, gut. Es war ein NRW, es war Zeit zum Karneval. Und dann wurde ich operiert und habe diesen Karnevalsumzug aus dem Krankenhauszimmer geguckt. Das war wirklich wieder richtig depressive Modus on. Draußen war Happy, Friede wollte Eierkuchen und ich war nur so, ich durfte wieder laufen lernen, weil ich hatte so krasse Schmerzen danach in meinem Knie. Es wurde natürlich auch ein Schnitt gesetzt. Dann hatte ich eine Narbe, also seitdem habe ich eine Narbe an meiner Leiste. Das gehört zu mir dazu, damals ich war 18. Hab mir dann auch gedacht, okay, jetzt ist mein Körper zerstört und hey, Narben gehören dazu. Mittlerweile denke ich so, Narben zeigen, wie stark man eigentlich wirklich ist. Damals wollte ich sie mir wegmachen, lassen, wollte ein Tattoo drüber machen oder irgendwas, aber so mittlerweile, hey, Narben zeigen wirklich, wie stark ihr seid. Also steht dazu. Ich habe es auch gelernt, damit umzugehen und sie gehören halt einfach dazu, zeigen, wie stark man wirklich ist und dass man diese Zeit durchgestanden hat. Bei Narben kommen durch schwere Taten. Irgendwann ging es mir dann auch wieder gut, zum Glück, aber es hat mental noch einiges an Zeit gebraucht, gerade durch dieses Ohrgeräusch, was ich wie gesagt sechs Wochen hatte. Das hat mich so krass runtergezogen, so, so, so krass. Und währenddessen, es ist ja nicht so, dass ich nicht noch angeschwollen war, weil meine OP so schlecht gemacht wurde, war ich so angeschwollen, dass es gar nicht zurückgegangen ist. Denn ich hatte den Vergleich, ein Jahr später hatte ich meine Bimax-Operation, wo beide Kiefer gebrochen wurden. Aber der Chirurg hat so gut gearbeitet, dass es mir besser ging, als nach meiner Gaumenahterweiterung. Und da, ich hatte einen Splint im Mund, ich konnte den Mund wirklich gar nicht öffnen. Ich weiß, meine Oma und mein Opa, die sind dann runtergekommen zu mir nach Stuttgart, haben Kekse gebacken. Ich konnte nur an dem Teich riechen, weil ich den Mund exakt so weit aufmachen konnte. Das war so. Aber ich hatte hier halt so einen Splint dazwischen. Deshalb konnte ich wirklich nur Flüssignahrung zu mir nehmen. Selbst Schmerztabletten musste ich mir klein stampfen und dann halt mit Flüssigkeit aufnehmen. Das war die effektivste Diät überhaupt. Würde ich aber nicht empfehlen. Ich war danach richtig abgemagert, dass ich erst mal wieder sehr viel essen musste, dass ich überhaupt wieder ein bisschen zunehm. Nur, ja, so war das halt. Deshalb, ich bin froh, dass ich das damals in Stuttgart habe machen lassen und bin sehr dankbar, dass ich den Chirurgen gefunden habe. Der hat das echt sehr, sehr gut gemacht. Hat mir ein Jahr später auch meine Metallentfernung gemacht, dass das ganze Metall, weil man hat danach sehr viele Schrauben im Kiefer, die werden danach wieder rausoperiert. Heißt, man hat nochmal eine Kieferoperation und danach ist man wieder im Krankenhaus, wieder essensmäßig eingeschränkt und muss erst mal ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Krankenhausessen finde ich sehr eklig. Wenn ihr ins Krankenhaus müsst, kauft euch so Flüssignahrung. Die kann man super lagern und einfach mitnehmen. Ich finde das normale Essen im Krankenhaus voll okay. Also wenn man jetzt wirklich so essen kann und schneiden kann und das im Mund kriegen kann. Aber diese Suppen da, wirklich, es ist einfach nur eklig. Ihr kauft euch ganz viel kalorienhaltiges Zeug, was ihr dort essen könnt. Es gibt ja diese Flüssignahrungsmittel, die so 500 Kalorien haben und die sind richtig, richtig gut. Ich hatte zum zweiten Mal keine mit, habe dann eine Woche fast nichts gegessen. Irgendwann bin ich fast umgefallen, einfach weil ich so wenig Kraft noch hatte, habe mir dann Eis geholt. Dann habe ich den Arzt auch gefragt, hey, gibt es irgendwas, das ich wieder mehr Kraft kriege? Dann wurde ich irgendwie angeschlossen nochmal an den Tropf. Ich habe auch meine eigene Halloween-Experience gehabt, dass ich an dem Tropf noch hing und dann ein bisschen mich noch bewegen musste, weil du kriegst ja auch immer eine Thrombose-Spritze im Bauch. Gerade wenn du dich so wenig bewegen kannst. Und dann bin ich mitten in der Nacht mit meinem Tropfwagen und ich mit meinem Kiefer, der halt angeschwollen war, durch den Gang so gerollt. Und deshalb, es war, es war, ja, ich war die Person, vor der man Angst gehabt hätte in einem Horrorfilm. Also Mundgeber-Gesicht-Chirurgien kenne ich eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut und habe mich damit auch sehr viel beschäftigt jetzt. Falls ihr eine Operation habt, schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich wollte euch einfach mal einen kurzen Einblick geben. Ich kann auch noch detaillierter über die Videos erzählen. Ich habe auch noch ein eigenes Video hier separat vor einiger Zeit gemacht über meine Bimax-Operation. Kann ich euch auch nochmal ans Herz legen, das anzuschauen. Ich kann aber, wenn ihr möchtet, auch nochmal gerne einzelne ausführliche Videos zu Gaumeladerweiterung Bimax hier und da machen, was das alles macht, wie sich eine Vollnarkose anfühlt, was man beachten sollte, wenn man ins Krankenhaus muss und so weiter und so fort. Schreibt eure Video-Wünsche gerne diesbezüglich in die Kommentare. Ich werde alle Kommentare lesen und beantworten. Ich freue mich über euer Feedback, ob euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Ganz viel Erfolg bei Euroop, wenn ihr eine für euch habt.